Herzlich willkommen auf dem Kanal von Vision E-Drive zu einem Video, zum dritten Video diese Woche, das heisst eines kommt dann noch am Freitagabend, der Schneetest mit dem Fiat 500 Elektro. Aber heute geht es um etwas ganz ganz anderes, nämlich um ein cooles Feature, ein Update-Feature von Hyundai, Kia und Genesis, das ihr mittlerweile nämlich selbst zu Hause machen könnt. Wie das Ganze geht, das erkläre ich euch nach dem Intro, also bleibt dabei, los geht's. Ja, ihr kennt die ganze Geschichte, Over-the-Air, nicht Over-the-Air, USB-Updates etc. und so weiter und so fort. Mittlerweile könnt ihr nämlich, wenn ihr ein Hyundai, ein Kia oder auch ein Genesis fährt, das Update zu Hause selbst machen. Das ist für jedes Auto, auch für die Verbrenner möglich, wir gehen heute natürlich nur auf die Elektrofahrzeuge ein, das heisst Kia e-Niro, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Hyundai Kona Elektro und auch der Hyundai Ioniq Elektro, also der Vorgänger des Ioniq 5 sozusagen. Und die Fahrzeuge von Genesis, die dann kommen, GV60, die sind natürlich auch dann davon betroffen, die gibt es aber aktuell noch nicht auf dem Markt, deswegen schauen wir die gar nicht groß an. Also, Hyundai hat nämlich, oder Hyundai Motors, also der Mutterkonzern quasi von beiden, oder von allen drei Marken, hat nämlich so einen Updater jetzt freigeschaltet, das heisst, ihr könnt euch das runterladen, ist ein Programm, und wie das Ganze geht, das erkläre ich euch gleich, das kommen wir gleich dazu. Noch vorab will ich einfach kurz noch erwähnen, das kann jeder zu Hause machen, kostenlos, und muss also nicht mehr zum Hersteller oder zum Autohändler eben gehen, um das da zu machen, das ist möglich. Ich weiss, es gibt es nicht erst seit gestern, das ist mir auch bewusst, aber ich will hier an dieser Stelle kurz mal ein Video machen, wie es eben funktioniert, dass ihr das eben auch zu Hause wirklich gut machen könnt. Wichtig, ich sage es euch jetzt schon, ich sage es nachher noch auch im Video dann, ihr braucht wirklich einen großen USB-Stick, das heisst, minimum 64 GB groß, warum, das kommt gleich im Video, und ihr braucht, wenn möglich, eine schnelle Internetleitung, und vor allem, wenn es irgendwie geht, einen guten USB-Port, das heisst USB 3.0, oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher, kein USB-C, denn USB-C geht bei den Autos eben nicht, was die Datenübertragung anbelangt, aber das kommt auch noch gleich im Video. Also, ich zeige euch jetzt nun also die Installationsanleitung sozusagen, ich mache das hier nicht mit diesem Bild so, sondern wir gehen nur an den PC, an den Mac, beziehungsweise, ich zeige es euch heute auf dem Mac, auf dem Apple Mac, auf dem Windows geht es noch ein bisschen einfacher, das heisst, das dürftet ihr keine Probleme haben, aber ich würde sagen, wir lassen gleich los, wir springen rüber, und zeige euch also nun die Installationsanleitung auf dem Mac. So, und da sind wir also auf dieser Seite angekommen, hier, ich verlinke euch die natürlich in der Videobeschreibung unten, dass ihr die auch entsprechend findet. Nicht verwundern, es steht ja nur hier und da ein Navigationsupdate, aber es geht, wie gesagt, auch bei Kia und bei Genesis. So, und zuerst einmal müssen wir dieses Programm eben herunterladen, und das ist hier abgebildet, Navigationsupdater für Windows oder für Mac. Ich habe hier den Mac, deswegen nehme ich dieses Ding da hier, klick da drauf, das geht natürlich ganz schnell, natürlich immer abhängig der Internetleistung von euch. So, dann also das Ding aufmachen, ist jetzt hier dieser Installer da sozusagen, achtet es da auf, und das kann gut sein, dass das hier kommt, diese Meldung da eben, bei Apple, weil das Programm nicht überprüft werden kann. Ihr könnt es sowieso nicht installieren, das heißt, wir müssen noch zuerst kurz hier oben bei Systemeinstellungen gehen, dann hier bei Datenschutz. So, und jetzt kommt auch diese Meldung da, dass ihr eben dieses Programm gesehen habt, da einfach den noch öffnen, dann kommt hier wieder öffnen, und dann geht es dann auch schon auf. Hier wieder das Passwort eingeben, ist wie gesagt nur für Mac relevant, und für Windows geht das ganz einfach und ohne weitere Komplikationen. Also, wir machen jetzt mal Schritt 1 dieser Installationsanleitung sozusagen. Wir sind jetzt hier bei diesem Updater. Jetzt müsst ihr eigentlich wählen, wo eure Region ist, das heißt jetzt in diesem Falle Europa. Ich denke, die meisten von euch seid aus Europa, sonst natürlich irgendwas von da oben nehmen, aber denke ich mal, alle seid hier aus Europa. Dann also weiter geht es. Und jetzt nicht verwundern, das ist jetzt hier eine Automarke, die ihr auswählen müsst. Wie gesagt, man kann es auch danach noch ändern, überhaupt kein Problem. Aber jetzt mal für die Erstinstallation, nehme ich jetzt mal Hyundai als Beispiel. Dann geht es weiter. So, und jetzt in mehr Sprache soll es dementsprechend sein. Auch das kann man dann auch noch ändern. Ich nehme jetzt mal Deutsch, dass wir das wissen. Also, weiter geht es. Und jetzt hier, alles natürlich durchlesen logischerweise. Wir haben uns also jetzt zugestimmt. Dann geht es weiter. Und jetzt macht ihr im Prinzip das Programm installieren. Also, es ist wirklich so ein Programm, das ihr nachher auf dem PC oder auf dem Mac drauf habt. Das geht natürlich auch hier relativ schnell. Natürlich auch da relevant, eben was ihr für eine Leistung des PCs habt oder des Macs habt. In diesem Fall natürlich relativ zügig. So, und jetzt ist es schon fertig. Im Prinzip, es geht jetzt auch auf. Da unten seht ihr es auch, dass es sich da öffnet jetzt. Und jetzt geht es da so auf. Ja, jetzt müsst ihr noch bei Mac noch zustimmen, dass es auch auf USB-Sticks entsprechend zugreifen darf. Bei Windows, wie gesagt, ist das alles ein bisschen einfacher. So. Gut, das hier ist jetzt natürlich noch dieser Speicherort drin, wo er eben dann die Dateien hinlegt. Er wird sie immer zuerst auf dem PC oder auf dem Mac-Festplatte quasi runterladen und dann da zwischenspeichern. Und danach geht es dann auf den USB-Stick drauf. Ich mache es mal hier OK. Da wird noch gesagt, was für eine Version entsprechend dann draufkommt, etc. Auch das für euch nur im Prinzip relevant, dass ihr sehen könnt, wie das Fahrzeug eben aktualisiert werden kann. Das heißt, von welcher Version, auf welche Version es da gehen könnte. Ich mache jetzt hier mal nicht weiter anzeigen. So. Und jetzt sind wir auch schon bei Hyundai drin. Das Update ist, wie gesagt, hier für jede, für jeden Hyundai, das heißt auch für Verbrenner Hyundai, ihr könnt es auch da sehen, alle Modelle sind da entsprechend aufgelistet. Wir gehen heute natürlich nur auf die Elektromodelle entsprechend ein. Zum Beispiel hier Ioniq 5. Es gibt ja nur eine Version des Ioniq 5, das ist ja mittlerweile bekannt, denn es gibt momentan nur ein einziges Auto eben. Ist übrigens egal, welche Ausstattung, es geht wirklich nur darum, welches Modell ihr eben habt von diesem Auto, also für welchen Jahrgang sozusagen, ja. Was gibt es auch noch? Hier Ioniq, also der Ioniq Electric, das ist der Vorgänger Ioniq. Ihr seht auch hier diese zwei Versionen, die es also jetzt gibt. Hier auch das Bild jeweils, wie das Naui Display oder das Infotainment Display eben aussieht. Das ist also die Version, die noch kein Blue Link hatte. Das war die Version mit Blue Link. Ihr seht auch hier, das Display wurde größer. Genau gleich ist es auch beim Hyundai Kona, Elektro hier. Gibt es drei Versionen, das ist hier der, der noch kein Blue Link hatte. Das ist die Version 2018 bis 2019. Mit anderen Worten, die Kona die Einphase geladen konnten. Dann war hier der Blue Link Kona, der bereits drei Phasen geladen konnte und das ist dann eben noch das Facelift sozusagen. Ja, ihr seht auch da unten noch ein bisschen da, wie es aussieht, was ihr beachten müsst. Aber ich nehme jetzt mal einfach als Beispiel den Ioniq 5 in diesem Falle und dann drücke ich da OK. Und jetzt seht ihr auch da, er nimmt mir jetzt im Prinzip einen Speicherplatz, wo ich das dann inzwischen speichern kann. Ich nehme jetzt mal hier das Laufwerk, die Festplatte da, da ist eine SSD-Festplatte. Ihr seht jetzt auch hier, wie viel Platz eben auf der Festplatte benötigt wird und wie groß die Datei entsprechend eben ist. Das ist wie gesagt nur für die Zwischenspeicherung der Installationsdatei, die euch nachher dann ins Fahrzeug eben reinkommt. Weiter, dann hier nochmal kurz bestätigen, dass ihr eben auch diesen Verzeihnis haben wollt. Und jetzt geht es dann auch schon los mit dem Download. Auch hier natürlich relevant, wie schnell ihr eben Internet habt. Das heißt, entsprechend, hier habe ich relativ gutes Internet. Ihr seht es auch hier, 107 MB pro Sekunde lädt ihr also jetzt runter. Das kann aber durchaus auch sein, dass es ein bisschen länger dauert, denn ihr müsst jetzt hier an diesem Falle 24 GB runterladen. Das ist wie gesagt abhängig der Internetleitung von euch zu Hause. Die normale Leitung haben irgendwo so zwischen 10 und 50 MB pro Sekunde. Ja, da einfach kurz warten, bis es eben runtergeladen ist. Das machen wir auch ganz kurz. Ich melde mich gleich wieder. Da unten seht ihr auch noch, was denn für eine Version es genau ist. Hier das November 2021, Navigationskarten und Software Update. Das ist die 2021 1112 Version. Das seht ihr also da unten noch eingeblendet eben, dass ihr noch schauen könnt, eben was es denn genau ist. Und wenn ich da raufklicke, sehe ich auch noch dann genau, wie es oder was dazu eben gekommen ist, was ihr machen könnt und was da in dieser Version eben entsprechend drin ist. Das seht ihr auch hier für die verschiedenen Navi-Displays eben. Ja, einfach kurz zum Zeigen. Hier noch wird noch gesagt, dass man eben entsprechend alles ausschließt natürlich etc. Und auch das Auto eben angeschaltet werden muss dann während des Update-Vorgangs. Aber das schauen wir dann nachher an. So, der Vorgang ist schon beendet. Wie gesagt, ich habe hier natürlich schnell das Internet, das ist klar. Jetzt kommt dann die Meldung, das hat es mittlerweile abgeschlossen. Wurde, aber noch nicht ganz beendet ist. So, wichtig beim Update eben. Ihr seht auch hier, das Aktualisieren des Navigationssystems im Leerlauf kann gegen die örtlichen Verkehrsregeln verstoßen. Bitte halten Sie sich an die örtlichen StVO bevor Sie mit dem Update fortfahren. Wie gesagt, das kommt dann nachher noch einfach für euch noch als Hinweis. So, jetzt drücke ich OK und jetzt kommt eben diese Meldung da. Download abgeschlossen. Jetzt auf USB kopieren. Denn jetzt braucht ihr eben den USB-Stick und das muss mindestens ein 64 GB Stick sein. Denn ihr habt ja gesehen, das Update ist sehr, sehr groß und es braucht wirklich einen großen Stick. Ich habe jetzt hier das Laufwerk, den USB-Stick mal nach Update Auto benenkt. Das ist jetzt ein Stick, der hat 256 GB Kapazität. Ich nehme jetzt mal den da. Und jetzt seht ihr auch hier, die Datei ist 39 GB groß. Weiter. Und jetzt kopiert er eben dann auf dieses Wechselmedium. Und er sagt auch hier, er schreibt zwar 32, aber es reicht für den Ioniq 5 nicht. Ihr müsst da wirklich einen größeren USB-Stick haben. Ja, ich kann es euch so sagen, ich habe es selbst schon ein paar Mal gemacht jetzt. Es ist auf jeden Fall so. So, wichtig auch, dass der USB-Stick, den ihr eben eingesteckt habt, der könnt ihr einfach so einstecken, aber wird komplett formatiert. Das heißt, alle Dateien, die vorher noch drauf gewesen sind, sind danach entsprechend gelöscht. Und zwar wirklich weg. Die habt ihr nicht mehr. Ich würde da wirklich einen eigenen Stick verwenden. Einfach einen bestellen und entsprechend dann diesen anschließen, der wirklich nur für das Update eben gemacht ist und alles andere da gar nicht drauf machen. Ihr werdet euch auch den Stick entsprechend schon richtig formatieren. Das heißt, sie hat so verschiedene Format, Formatierformate, das ist aber jetzt ein bisschen zu tief des Wissens. Aber einfach, er macht alles für euch automatisch. Ihr müsst euch da nichts kümmern, einfach nur einstecken und eben den richtigen auswählen und dann hier auf Ja drücken und dann geht es auch schon los. Jetzt kommt nochmals die Meldung hier, das ich euch schon vorhin gesagt habe eben. Es wird alles gelöscht. Ganz genau. Genau. So, dann drücken wir auf Ja und jetzt geht es auch schon los. Jetzt macht er im Prinzip folgendes, er kopiert jetzt die gesamten Dateien eben auf diesen USB-Stick, die er vorher runtergeladen hat. Das dauert natürlich jetzt jetzt ein bisschen länger, denn er muss jetzt hier, schaut hier, 39 GB kopieren. Ihr seht selbst, wie will er das machen, wenn der Stick nur 32 groß ist. Ihr seht schon, es geht nicht. Deswegen wichtig, Minimum 64 GB USB-Stick kaufen und dann habt ihr kein Problem. Wir warten wieder ganz, ganz kurz, bis wir hier fertig sind. Ein kleiner Tipp für euch noch am Rande erwähnt, wenn wir gerade schon hier am Warten sind. Nehmt wirklich einen USB-Stick, am besten USB 3.0 und wichtig, kauft euch keinen, wirklich keinen USB-C-Stick, denn weder der Kona, noch der Ioniq, noch der EV6, noch der Genesis hat einen USB-C-Ladestecker, der auch Daten übertragen kann. Die Datenübertragung in allen Fahrzeugen von Hyundai Motors, das heißt auch die von Kia, die haben nur ein USB-A, das heißt, kauft euch bitte einen USB-A-Stick, der mindestens USB 3.0 ist. Das ist zwar ein blauer. Wenn man das Stick in der Hand hält, sieht man es auch an diesen blauen Markierungen im Stick drin, also im USB-Port drin, dass es ein USB 3.0 eben ist. Dann habt ihr einfach einen schnelleren Kopiervorgang. Ihr seht es auch hier, wie es schnell vorwärts geht. Denn es sind wirklich große Datenmengen, die da kopiert werden müssen. Einfach für euch zu wissen, USB 3.0 kaufen, dann habt ihr auch da keine Probleme. So, und der Vorgang des Kopierens ist nun also auch beendet. Ihr seht schon, wie wichtig es eben ist, einen schnellen USB-Stick zu haben. So, jetzt kommt noch diese Meldung da, dass man eben dann nochmals aufpassen soll, wie man es aktualisiert. Dann OK drücken und jetzt kann ich den USB-Stick auch schon rausnehmen und danach entsprechend eben ins Auto gehen. Ihr seht es auch hier, dass ich noch das Programm nach dem Löschen der temporären Dateien schließen. Mache ich jetzt in diesem Falle nicht. Man könnte jetzt noch entsprechend das Programm, das ich eben zuerst auf die Festplatte geladen habe, des PCs oder des Macs, noch löschen. Das heißt, dass ich da keinen blockierten Festplattenspeicher eben mir anhäufe. Ja, wie kann ich jetzt noch kurz zu einem anderen Auto wechseln? Ganz einfach hier oben einfach auf dieses Zahnrad drücken hier. Und jetzt kann ich eben hier nochmals wählen, welches Auto das ich haben will. Andere Marke, zum Beispiel mache ich immer Kia als Beispiel, dann anwenden. Und jetzt kommt er da zur Kia gewechselt. Ihr seht auch schon, das Ganze hat sich da oben geändert. Und jetzt läuft es genau gleich wieder wie vorhin. Jetzt erkennt er, dass da noch ein Medium angeschlossen ist, eben dass da das Ioniq 5 drauf ist. Ob ich da jetzt vom Hirn 3 anwenden bin, nein, machen wir nicht. Wir wollen jetzt ja bei Kia bleiben, nicht mehr fragen. Das kennt ihr schon alles. Jetzt nochmals hier EV6, auch da wieder der Kia EV6 da als einziges Modell momentan drauf. Und beim Niro nicht zu verwesseln, hier hat es auch die Verbrenner Niros, die da drin sind. Hier Niro EV, einfach nehmen, das ist der neueste, aktuell der 2022er Niro und hier noch das Modelljahr 2020, was aber auch schon einen Blue Link geben hier, oder den den Kia Connect Service drin hat, nicht Blue Link, das ist ja nur bei Hyundai. Und hier ist noch das alte Modell, eben auch da wieder ohne den Tenematik Dienst. Einfach, ihr seht schon, es ist alles gleich aufgebaut und hier oben könnt ihr eben dann die Marke wesseln und so entsprechend zu einem anderen Updater eben kommen. Natürlich auch das Ganze auch gleich bei Genesis. So, voilà, sieht es dann entsprechend aus. Hier kommt die Meldung wieder, ihr seht schon da, die neuen sind auch schon drin, GV80, GV60, etc. und so weiter und so fort. Ja, das ist dann ganz genau gleich in der Anwendung, wie schon vorhin erklärt. Jetzt also geht es zum Auto, USB-Stick rausnehmen und dann auch schon zum Auto hingehen. Jetzt also unten einstecken, eben wo der USB-Port eben ist für die Datenübertragung, in diesem Falle der USB-A-Stecker. Und jetzt erkennt ihr auch schon den USB-Stick, dass es eben kein Medien-USB-Stick ist entsprechend. Deswegen kommt auch die Meldung da oben, die ihr vorhin schon gesehen habt. Und jetzt also geht es dann eben das Update machen. Es gibt drei verschiedene Versionen. Schnell machen, Standard, ich würde euch Standard empfehlen. Dauert circa eine Stunde, kann aber auch ein bisschen auch sein, dass es länger dauert. Wichtig einfach, lasst das Fahrzeug wirklich laufen in dieser Zeit. Das Fahrzeug nicht nur so halb angeschaltet lassen, denn sonst wird die 12er-Patrie eben leer, sondern wirklich ganz anschalten und einfach in P belasten und dann sollt ihr das einfach selbstständig updaten, bis er eben dann fertig ist. Ganz genau. Und dann rausnehmen wieder und dann ist es auch schon beendet. Und so könnt ihr also eben euren Hyundai Ioniq 5, EV6, Hyundai Kona oder auch Kia e-Niro entsprechend updaten. Das geht selbstständig zu Hause und muss nicht jedes Mal zum Händler rennen, um da das Update machen zu können. Also, das zum Thema Updates und nun also nochmal kurz ein kleines Fazit. Ja, das war also die Anleitung und die Installationsrichtlinien, was man beachten muss. Wenn es ein bisschen ausführlich gewesen ist, dann lasst es nicht bitte entschuldigen, aber ich will das dann wirklich machen, dass hat jeder wirklich begreift, wie es funktioniert. Denn es ist eine große Hilfe, dass man es eben nun also alleine machen kann und nicht mehr immer zum Händler fahren muss. Ja, ich würde sagen, wir müssen es auch gar nicht weiter künstlich in die Länge ziehen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare unten. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren, das Video und Daumen hoch, da zu lassen. Und dann bis morgen Abend am Freitag zum Video des Fiat mit 100 Elektro im Schnee. Bis dahin, macht's gut, ciao mit dem Land und tschüss.